Das Schöne am Zivildienersein im Integrationshaus ist, dass man mit super vielen Leuten zusammenarbeiten kann, ein tolles Team hat und nun sowohl von den Klientinnen als auch von den Mitarbeiterinnen und ganz nette, tolle Leuten trinkt. Das Schöne am Zivildienst im Integrationshaus ist, dass ich mit vielen Jugendlichen Kontakt habe, ihnen helfen kann in den diversen Bildungskursen eine Lehrstelle zu finden, ein bisschen Mathe lernen, Deutsch lernen und einfach mehr soziale Kontakte knüpfen kann. Ich arbeite gerne im Integrationshaus, weil ich mir denke, dass geflüchtete Menschen genauso die Chance haben sollten, ein vernünftiges Leben führen zu können, wie wir, die hier in Österreich aufgewachsen sind und ich sozusagen hier an der Quelle sitze und den Leuten wirklich das Feedback von ihnen sehe und ihnen wirklich helfen kann. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017